So, da bin ich wieder zurück, gleich natürlich erstmal Fortnite, danach wieder ganz entspannt, äh, Fortnite, erst Fortnite, dann Fortnite, danach Mario Kart, wir haben ja gestern geschafft den goldenen Mario freizuschalten, plus goldenen Kleider, plus goldenen Mario Kart, plus goldenen Reifen, war ein kleiner Marathon, aber ist geschafft. Freunde, hier gibt's auf jeden Fall 100 V-Bucks wieder gratis, ihr seht's, meine V-Bucks schreiben kontinuierlich an, wie mache ich das Ganze, natürlich vertreibt die Welt, und so ganz kleinen Tricks, wenn du Bock hast dabei zu sein, kommen einfach auf Twitch vorbei, Kart86, ihr seht's oben am Namen, und in dem Sinne, gucken wir mal ganz kurz, was es ist, ach, mein Internet ist schon wieder weg, ich liebe es, klasse, also, könnte sein, dass der Stream heute ein bisschen komplizierter wird, da eben mal wieder das Internet bei mir, aber ich denke mal, den ein oder anderen werden wir trotzdem finden, und in dem Sinne, haut rein!